Okay, ähm, es kam gerade ein Paket von meiner Familie an, das zweite Paket. Es ist irgendwie schon halb neun oder so, deswegen, also in Deutschland würde niemals so spät noch ein Paket kommen, aber well, das Paket ist leider ein bisschen demoliert, also hoffe ich, dass da alles drin ist. Und soweit für meine Außen, ich habe geduscht, wie gesagt, es ist halb neun, ich habe absolut nicht damit gerechnet, ich bin im Schlafanzug, hier in meinem tollen Christmas Jumper, ich mache das jetzt auf. Ich habe geduscht, wie gesagt, ich habe geduscht, ich habe geduscht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! Is that like German Christmas cookies? Okay! 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 Oh my god! 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 Okay. Serviette. Die Maske. Noch mehr Maske. Ich glaub, die hat sie in meinem Zimmer gefunden. Okay. Dann hier neue Bluts. Weil ich benutze sie immer zum Masieren. Ach, das ist mega geil. Hier. Zwei Pulmel. Pulmelz. Weil ich das halt immer in den Haft nehme, weil ich halt nicht erkältet bin. Die Backmischung für Brot. Oh mein Gott, wie das aussieht. Was? Ah, ein kleiner Spiegel. Wie geil. Der ist nützlich. Das ist eine Seife. Oh mein Gott, wie süß. Dann hier so ein wärmer. Das ist auch geil. Dann hier so zwei. Von denen. Kann ich für meine Brüder dann brauchen. Und jetzt. Weiß Cup. Nudel Cup. Und Nudel Cup. Wie geil. Oh mein Gott. Und. Porridge. Nochmal Porridge. Wie geil. Und oh mein Gott. Was? Ich glaube es ist ein Weihnachtsgeschenk. Das ist so gemein. Ich will es öffnen. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin emotional. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sehen uns. Im nächsten Video. Wann auch immer das sein. Wann auch immer das kommen wird. Ihr wisst es ja mittlerweile. Ich lade einfach dann oben. Weil ich Zeit und Lust habe. Bye.